Lucius Cassius Dio Kossianus war ein römischer Senator, Konsul, Schriftsteller und Geschichtsschreiber, Leben. Cassius Dio entstammte einer reichen Familie aus dem griechischen Osten des Imperium Romanum, der der Aufstieg in die Reichsaristokratie geglückt war und war der Sohn des römischen Senators Cassius Apronianus, der um 180 Sophik Konsul war. Sein tatsächlicher Name war daher Cassius, er nahm aber die beiden anderen Namen an. Um eine Abkunft mutterlicherseits von dem berühmten Redner Dion Chrysostomos zu belegen, obwohl er von seiner Mutter her griechischer Abstammung war und obwohl er die im ganzen römischen Osten maßgebende griechische Sprache in seinen Schriften benutzte und von griechischem Denken geprägt war, kann er andererseits aufgrund seiner politischen Laufbahn und seiner Weltanschauung zugleich auch als Römer angesehen werden. Cassius Dio verbrachte den größten Teil seines Lebens im öffentlichen Dienst, wobei er eine glänzende Karriere absolvierte. Er ging als junger Mann nach Rom, wurde unter Commodus Senator und nach dem Tod des Septimius Severus Curator der kleinasiatischen Städte Smyrna und Pergamon. Um das Jahr 205 war er selbst Sofekt-Konsul, später Pro-Konsul von Afrika und schließlich Stadthalter von Pannonien und Dalmatien. Der junge Kaiser Severus Alexander schätzte ihn sehr und machte ihn 229 zum zweiten Mal zum Konsul, diesmal als Konsul Ordinarius und Kollege des Herrschers, was eine besondere Ehre darstellte. Nach seinem zweiten Konsulat kehrte Cassius Dio in seine griechische Heimat zurück, wo er vor 235 starb. Werk Cassius Dio veröffentlichte eine heute nur noch teilweise erhaltene römische Geschichte in 80 Büchern, die Frucht einer mindestens 24-jährigen Arbeit. Sie begann mit der Ankunft des mythischen Ineos in Italien und reichte über die Gründung von Rom bis zu seinem Konsulatsjahr 229. Das Werk war der Tradition der römischen Analystik folgend aufgebaut, folgte aber zugleich den Genre-Regeln der griechischen Geschichtsschreibung. Bis zur Zeit Cäsars sind seine Angaben, soweit man es den Fragmenten entnehmen kann, eher summarisch. Danach bietet das Werk mehr Details. Und ab der Herrschaft des Kommodus wird Dio sehr ausführlich in der Darstellung dessen, was er selbst erlebt hat. Von den ersten 36 Büchern sind nur Fragmente erhalten, darunter allerdings ein beträchtlicher Teil des 35 Buches mit dem Krieg des Lucius Liginius Lucullus gegen Mithridates VI. Von Pontus sowie des 36 Buches mit dem Krieg gegen die Piraten und dem Feldzug des Pompeius gegen den König von Pontus. Die folgenden Bücher bis zum 54, einschließlich, sind dann fast vollständig erhalten. Sie behandeln die Zeit von 65 bis 12 v. C.H.R. also vom Asienfeldzug des Pompeius und dem Tod des Mithridates bis zum Tod von Marcus Vipsanius Agrippa. Das 55 Buch weist eine erhebliche Lücke auf. Die Bücher 56 bis 60 behandeln die Zeit von 9 bis 47 in C.H.R. und sind vollständig erhalten geblieben. Von den folgenden 20 Büchern sind wieder nur Fragmente und dürftige Auszüge von den Byzantinern Johannes Xiphelines einem Mönch des 11. Jahrhunderts und Neffen des gleichnamigen Patriachen von Konstantinopel und Johannes Zonaras aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Das 80 und letzte Buch beschreibt die Zeit von 222 n. C.H.R. bis 229 n. C.H.R. in der Regierungszeit des Severus Alexander. Der noch vorhandene Teil der Zusammenfassung des Xiphelinos beginnt mit dem 35 Buch und reicht bis zum Ende des 80 Buches. Sie ist eine sehr gleichgültige Arbeit, die im Auftrag des Kaisers Michael VII. erstellt wurde, aber dennoch einen groben Eindruck vom ursprünglichen Text vermitteln dürfte. Dieser Eindruck ergibt sich aus einem Vergleich mit dem vollständig erhaltenen Werk Herodiens über die Jahre 180 bis 238, der Dio erkennbar als Hauptquelle benutzt hat. Die Fragmente der ersten 36 Bücher liegen in vier Versionen vor. Die Fragmentar Valesianer, verteilt auf verschiedene Schreiber, Grammatiker, Lexikografen etc., wurden von dem französischen Historiker und Philologen Henry Valois zusammengetragen. Die Fragmentar Piresianer enthalten große Teile und wurden gefunden im Abschnitt De Virtu Tibus Civitius der großen Sammlung oder Transportablen Bibliothek, die im Auftrag des byzantinischen Kaisers Konstantin VII. Porphyrogenitus zusammengestellt wurde. Dazu gehörte das Manuskript Nikolaus Claude Fabri de Piasc. Die Fragmente der ersten 34 Bücher erhalten im zweiten Teil dieser Bibliothek genannt Delegationibus. Diese sind unter dem Namen Fragmentar Ursinianer bekannt, da das Manuskript welches diese Texte enthielt, in Sizilien bei Fulvio Orsini gefunden wurde. Die Exapta Vatikana die Fragmente der Bücher I bis 35 und 61 bis 80 enthalten. Zu diesen wurden Fragmente eines unbekannten spätantiken Schreibers hinzugefügt, der die Arbeit Dios bis in die Zeit Konstantins I. fortsetzte. Andere Fragmente Dios, die hauptsächlich zu den ersten 35 Büchern gehören, wurden in zwei vatikanischen Manuskripten gefunden, die eine Sammlung enthalten, die von Maximus Planuts erstellt wurde. Die Annalen des Zonaras enthalten ebenfalls mehrere Exzerpte aus Dios Werk. Dio, der einen betont senatorischen Standpunkt vertrat, nahm sich Thucydides zum Vorbild, wenngleich er nicht an diesen heranreicht. Dennoch war Dio ein bedeutender Geschichtsschreiber. Sein Stil ist, wo der Text nicht verderbt, ist im Allgemeinen klar, obwohl er voller Latinismen steckt, seine Reden sind, wie in der antiken Geschichtsschreibung üblich, in der Regel frei erfunden. Seine Sorgfalt steht aber außer Frage. Dio konnte sich auf zahlreiche Quellen stützen, die nicht mehr in allen Einzelheiten erkennbar sind. Sicher ist jedoch, dass er als Senator auch Zugriff auf mehrere heute verlorene Werke sowie auf Senatsakten hatte. In der selbst erlebten Zeit war er aufgrund seiner persönlichen Teilnahme an der hauptstädtischen Politik gut vertraut mit den Geschehnissen im Römischen Reich und ist speziell hier für eine wichtige Quelle. Dio selbst setzt allerdings bereits mit dem Beginn des Prinzipats, also der faktischen Monarchie, ausdrücklich einen Einschnitt an, was die Zuverlässigkeit der von ihm gelieferten Informationen betrifft. Alles, was seither d.h. seit Beginn des Kaisertums geschah, kann nicht mehr in der gleichen Weise wie das Vorangegangene berichtet werden. Denn früher wurde alles, auch wenn es in noch so weiter zeitlicher Entfernung geschehen war, vor den Senat und vor das Volk gebracht. Daher konnten es alle erfahren und viele schrieben es nieder. Von nun an aber begannen die meisten Ereignisse im Verborgenen zu geschehen, ohne dass darüber noch offen gesprochen worden wäre. Und wenn doch einmal etwas an die Öffentlichkeit gelangte, so begegnete man ihm mit Misstrauen, da es nicht mehr nachprüfbar war. Was immer jetzt geredet wird, was immer geschieht bei allem vermutet man, es sei nach den Wünschen der jeweiligen Herrscher oder ihrer Nebenherrscher geschehen. Und so wird zugleich über vieles, was überhaupt nicht passiert ist, ausgiebig geschwätzt, während man von vielen anderen wirklichen Ereignissen gar nichts mehr erfährt. Alles wird nun sozusagen anders als es in Wahrheit gewesen ist in Form von Gerüchten verbreitet. Und gerade die Größe des Imperiums und die Fülle der politischen Vorkommnisse darin machen eine genaue Wiedergabe der Geschichte unglaublich schwierig. Der Wert Dios als Quelle ist trotz mancher Probleme sehr hoch. Für die Zeit der späten Republik vor allem aber für die Kaiserzeit bietet er wertvolles Material, das teilweise sonst nirgendwo anders verzeichnet ist und weitgehend als zuverlässig gilt. Problematisch ist allerdings, dass Dio vielfach Entwicklungen und Zustände seiner eigenen Zeit auf die Verhältnisse in Republik und früher Kaiserzeit überträgt. Was mitunter zu Anachronismen führt, die nicht immer leicht zu identifizieren sind. Besonders deutlich erkennbar ist dies bei der berühmten Verfassungsdebatte im 52-Buch, die ein fiktives Gespräch zwischen Octavian und seinen Freunden schildert. In byzantinischer Zeit stellte Dios' Geschichtswerk offenbar auch die Hauptquelle für viele Autoren bezüglich der römischen Geschichte bis ins frühe Eif 3. Jahrhundert dar und wurde oft herangezogen. Textausgaben und Übersetzungen Loeb Classical Library Neun Bände Griechisch und Englisch HSG E. Kerry London 1914-1927 Cassius Dio Römische Geschichte Übers Otto V.E.H. Fünf Bände Artemis und Winkler Düsseldorf 2007 ISBN 9783-53803103-6 Cassius Dio Römische Geschichte Übers Leonhard Tafel Bearbeitet von Lene Lotte Möller Marix Wiesbaden 2012 ISBN 978-386539-2930 Null